Wie sind die Geldspielgeräte? Ist dann nur noch mit einer Karte möglich, ähnlich wie beim Kauf von Zigaretten am Automaten oder wie die Zimmerkarte im Hotel. Bei einer solchen Personen ungebundenen Karte werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Der Spieler bleibt also anonym. Im Vergleich zu einer personengebundenen Karte, wie den Personalausweis, der ebenfalls als Spielerkarte im Gespräch ist, ein großer Vorteil, gerade was den Datenschutz anbelangt. Die Spielerkarte wird durch die Mitarbeiter in Gast- und Spielstätten ausgehändigt. Es erfolgt also eine persönliche Kontaktaufnahme mit dem verantwortlichen Personal. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass Jugendliche vom Geldspiel ausgeschlossen bleiben. Das Geldspielgerät ist bei dieser Lösung grundsätzlich gesperrt. Auch wenn man Geld einwirft, bleibt das Gerät gesperrt. Erst wenn ich die Spielerkarte hier einstecke und diese positiv geprüft wurde, kann man auch spielen. Weitere Vorteile der Spielerkarte schauen wir uns jetzt an. Eine anonyme, vom Gast wird ausgegebene Spielerkarte kann nicht über mehrere Tage genutzt werden. Vom Zeitpunkt der Freischaltung, die über Mitarbeiter in den Gast- und Spielstätten erfolgt, ist sie nur bis 6 Uhr des folgenden Tages gültig. Außerdem muss die Karte während des Spielens gesteckt bleiben. Wird sie während des Spielverlaufs gezogen, ist das Spielen beendet und der verbliebene Geldbetrag wird ausgezahlt. Spielerkarten können außerdem nur an einem Standort eingesetzt werden, also dort, wo sie auch ausgegeben wurden. Damit wird verhindert, dass Karten an verschiedenen Standorten verwendet werden können und die persönliche Kontrolle damit umgangen wird. Wird bei einem Gerät mit gesteckter Spielerkarte 15 Minuten lang nicht gespielt, so wird die Karte gesperrt. Es wird somit verhindert, dass nicht kontrollierte Personen weiterspielen. Die Spielerkarte ist dann ein zusätzlich gelungener Spielerschutz. Die derzeit diskutierte Reduzierung von drei auf ein oder auf zwei Geldspielgeräte bringt grundsätzlich keinen Nutzen für die Verbesserung des Jugendschutzes. Ohne die hier vorgestellte Spielerkarte müsste man demnach alle Geräte in der Gastronomie abschaffen. Die Spielerkarte hingegen macht den Jugendschutz sicherer und damit die Reduzierung der Geräteanzahl in der Gastronomie überflüssig. Durch die Einführung einer Spielerkarte werden die Gastwirte noch besser in Sachen Jugend- und Spielerschutz unterstützt. Weitere Vorteile, Arbeitsplätze in Deutschland bleiben erhalten. Die Gaststätten werden nach den eingeführten Rauchverboten nicht noch eine weitere Grundlage ihrer Existenz verlieren und die Spielgäste werden nicht ins unkontrollierte Internet oder in illegale Spieleclubs mit hohen Verlustmöglichkeiten ohne jegliche Sozialkontrolle verdrängt. Die Einführung einer neuen Spielerkarte ist also generell ein sehr gelungener Ansatz von Wirtschaftsministerium, Industrie und Gastronomie für eine tatsächliche Verbesserung des Jugend- und Spielerschutzes. Die Karte. Die Karte.